Servus Leute! Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Jetzt schon wieder die vierte Folge hintereinander. Moment! Fängt schon mal super an. Jedenfalls schon wieder die vierte Folge hintereinander. Und kommt glaube ich wie schnell die Zeit vergeht bei Kingdom Hearts 3. Und beim letzten Mal war dieser böse Riku wieder da und hat Stress gemacht. Ja. Breddy will sie DESTROY! Unsere Probabilität der Erfolg ist... Du musst nicht die Zahlen, Femax. Das ist nicht die Summe von unseren Teilen. Das ist die Summe von unseren Herz. Ja! Ja! Hm. Und das ergibt sich zu was? Applaus mir! Geh mal dort! Was? In every heart, there's hope! Yes! You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be real! What was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it! Yeah! Wait! That's... Baymax! What? Huh? No way! Hey! Baymax! Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! Baymax! He's like my family! Please! Give me back, my friend! Ha, 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 ha! Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right! You can't have a heart without sadness. Without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend. Right in front of him. Wait! Oh, no. Hiro! No! Hiro! Tell us. What should we do? Baymax means everything to me. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Sora? He has to be stopped. Okay. Help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Oh, no! Sora! Take Baymax! Okay. Baymax! I am ready, Sora. There you go. Toll, in the Luft kämpfen. And somehow, this hero, he has... So. He has like... So dünne Storchhaxen. That looks like... ... not so good. But, well... Yeah. And somehow, I'm always confused about the story of Kingdom Hearts. And now... No! Oh, I have it wrong. I have it wrong. Huh? No, no, no. Too soon, damn. Schon wieder... Huh? Sind die Dinger homie? Can I see... Zerboxen? ... Irgendwie komme ich nicht näher an dich ran. Auf jetzt? Glaube ich. Ne, doch nicht. Ah! Na... Na gut. Ich habe es, glaube ich, verstanden. So, hier kann ich auch zerstören. Ach... 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 Weg! Ist doof, dass ich mich nicht mal heilen kann. Wahrscheinlich kann ich mich nicht heilen. Geht mit dem Ding an. Oh oh. Gut. Haha, ausgewichen. Oh, er schießt noch mehr. Da. Zurück zum Absender damit. Äh, äh. Wir sind... Was? Ich wollte gerade sagen, ist ein seltsamer Kampf, aber das Teil erinnert mich so... ... Ach so. Das ist Heilung. Ach du Hund. Der lässt mich irgendwie an den Verfolg aus Dark Souls 2. Nein. Sag... Äh, äh, äh. Ich werde... vernichtet. So, jetzt haue ich dir... ...auf die Schnauze, wollte ich sagen, aber... ...ziel auf ihm. Aua. Kann ich dich nicht irgendwie... ...boxen? Oh, irgendwie habe ich dir gerade gegeben, aber ich weiß nicht wie. Aua. Irgendwie verstehe ich diesen Move nicht. Ach. Geh mir nicht auf den Keks. Ah. Na super. Aber wenn's Homing ist... ...sieht schlecht aus für mich. Es war die falsche Taste, aber gut, dass ich sie gedrückt habe. Ich wollte eigentlich... ...ja, dashen. Aua. Das Vieh geht mir auf die Nerven. Ich verstehe den Himbeerhieb hier nicht. Doch, jetzt gebe ich ihn gerade. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe ihn gegeben. Ja. Ich lasse mir auch echt in mein... ...gesicht boxen. Ach, Homing. Weg, weg, weg. Weg damit. Irgendwas drücken, irgendwas drücken. Boxen. Angriffen. Angriffen. Nö, 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 nö. Das erinnert mich jetzt an... Ach, wie hießen der jetzt nochmal aus Dark Souls 3? Der hat auch so einen Angriff drauf. Eigentlich haben mehrere Leute aus Dark Souls 3 so einen Angriff drauf. Aber gut, lassen wir es mal. Ich hau dich! So, das war's. Jetzt bist du erledigt. Nein! Nein! Ich werde vernichtet! Nein! Ich werde vernichtet! Nein! Das war's. Förler. Jetzt bist du ein Hammer. So, haben wir ihn geholfen? Der Gelegenheit kommt, wenn er zu viel Stress ist. Also, er ist wahrscheinlich nur in Stasis. Wir müssen die Chip destroyen, wenn wir sicher sind. Aber... Du bist sicher? Ja, Mann. Du musst nicht so weit gehen. Vielleicht können wir einen anderen Weg finden. Nein. Es ist das Richtige zu machen. Tadashi... Ich würde das gleiche machen. Aber Hiro... Aber... Das ist das... Das Herz von Baymax? Das ist okay. Baymax ist hier. Ich... Ich bin Baymax, dein persönlicher Buchter. Ich bin Baymax, dein persönlicher Buchter. Kompanie, persönliche Schwestern. Stange für ihre Arbeit und diese Hilfe. Die Kirke ist hier. Ich bin Baymax. Wenn die Kirke ist, werden sie nicht mehr wollen. Das war's für heute. 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 Why do you think that gate took us here? A keyblade? How did it end up here? Hmm, maybe it's another guiding key. Sure, but to guide us where? A door! Let's go! Not you guys. Huh? The realm of darkness, it isn't safe for you. Forget it. I'm going. Yeah, you can't make a whole pint without us. Come on, guys, think about it. Even the king and Riku. Even the king and Riku struggled in the realm of darkness. Trust me. Trust me. You promised to be doing it. And come home nice and safe? Right. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Riku! Mikki! Uh-oh. This keyblade... Huh? Is it her? Mikki. You're too late. Aqua? What happened? You abandoned me. That's what. Left me in this shadow prison for more than a decade. Knowing what it would do to me. I'm sorry. It's all my fault. I reached this shore after endless wandering. Waited forever for help to arrive. But no one ever came. I lost my keyblade. Had no means of fighting my way back through the heartless. You should have known I was stranded. Do you have any idea how lonely it is here? How frightening it is to have no one? All that's left in my heart is misery and despair. And now, you can share it. There's no need. Got my own. I've been dying, man. Shhh. There's no need. Have been. Yeah. What's going on? I'm sorry. Oh, oh. Okay, ähm, diese Aqua sieht übel aus. Tut mir echt leid. Nur weil Miki sein Hintergrund nicht bewegt hat. Ja, ich weiß, dass es eigentlich nicht seine Schuld sein kann, aber... Es wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, ihm die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber gut, ich muss ja nicht... Hallo. Ich muss ja nicht unnötig bösartig sein, also... Was zum... Das ist Aqua. Ach, der... Ich habe das hier... Was heißt ich, aber es ist irgendwie... Das ist irgendwie anders als meine Einstellung. Eigentlich würde ich jetzt gerne den Part beenden, aber ich kann nicht speichern. Okay, wo ist sie? Kann sein, dass hier diese Linie da war? Ja, da, 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 da. Achso, ne, diese Linie ist quasi das Maximum des Kampfbereits. Ja, natürlich muss ich so doof sein und stehen bleiben. Oh! Haut ab! Autsch! Ich glaube, ich muss den kleinen Biest ja erst mal kalt machen. Ja, komm, weg! Zora! 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 Ich habe es geschafft! Zora! 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 Woooo Ah! Wen- Guck! Wie? Sora? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Schau über den Reinhard. Ich habe das. Okay. Was für eine epische Szene gerade, aber ich muss jetzt trotzdem leider einen Schnitt machen. Anti-Aqua. Okay, ich bin gerade irgendwie ein bisschen aufgedreht. Gut, ich werde die Party beenden. Das war Kingdom Hearts 3. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys.